Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Session, der erste Live-Session im dritten Modul, wo es um die verschiedenen Methoden im Wissensmanagement geht. Ich freue mich ganz sehr, Annette Hexelschneider begrüßen zu können, die ich nun schon seit einiger Zeit persönlich kenne und die eine Expertin für die Visualisierung und den Transfer von komplexen Wissensstrukturen ist. Ich denke mal, den Rest kann Annette euch viel besser vorstellen und deswegen würde ich das jetzt gerne übergeben. Gut, dann lege ich los. Ich bin unweit nördlich vom BIRF geboren, in Leipzig und habe da im Druck- und Verlagswesen angefangen, was also meine lebenslange Arbeit mit Wissen begründet hat. Bin dann nach Stuttgart gegangen, dort zum Wissensmanagement gekommen und dann wegen der Arbeit nach Wien gegangen und beim Wissensmanagement geblieben. Das ist so mal mein Lebensverlauf. Also schon 30 Jahre, ich muss mal rechnen, na mehr als 30 Jahre, oje, mehr als 30 Jahre Arbeit für und mit Wissen. Und in Wien war ich dankbar, als ich hierher gekommen bin, da gab es die Plattform Wissensmanagement. Das war so eine Erfahrungsaustauschrunde. Und da gab es eine Arbeitsgruppe, die Wissen visualisieren wollte. Bis dahin hatte ich da schon einen Berührungspunkt. In Stuttgart war ich beim ACI, Arbeitskreis für Information. Da hatten wir Mindmap-Trainings. Und hier bin ich eigentlich durch dieses zwei Jahre dauernde Arbeitsgruppe zu Wissen visualisieren gekommen. Und deswegen vermutlich bin ich ausgesucht worden, wegen meiner Leidenschaft für das Visualisieren von Wissen, Wissenslandkarten vorzustellen. Und natürlich bin ich der Meinung, das ist mit eines der universellsten Werkzeuge im Wissensmanagement. Und das möchte ich heute zeigen. Und deswegen legen wir gleich los. Ich unterrichte auch Statistikvisualisierung, also nicht nur jetzt Visualisierung im Wissensmanagement. Deswegen nutze ich auch Theorien und Zitate zur Statistikvisualisierung und nutze die ganz einfach aus für das Thema Wissenslandkarten, so wie dieses Thema, was eigentlich von einem Statistikvisualisierer ist. Ich finde aber dieses Zitat sehr gut, denn es sagt klar, wozu brauchen wir eine Wissenslandkarte, um uns in Wissen zurechtzufinden. Gut, was biete ich jetzt? Ich versuche eben dieses universelle Werkzeug universell vorzustellen. Ich gehe davon aus, dass das aus dem visuellen Denken kommt, was schon mal viele Vorteile hat. Diese Vorteile macht eine Wissenslandkarte zugänglich für die Arbeit mit Wissen. In zwei Schichten, also der Basisschicht und der Elementeschicht, kann man viel Wissen unterbringen und auch mehrdimensional verorten. Dann hat die Wissenslandkarte auch den Charme, den zugegebenermaßen viele Wissensmanagementmethoden haben. Der Weg ist schon mal eines der Ziele. Dazu sprechen wir. Dann lauert bei der Wissenslandkarte, so wie bei allen Visualisierungen, die Wo ist Walter Falle. Das schauen wir uns an, damit wir da nochmal drüber gesprochen haben, damit man nicht reintappt. Und warum ist das Ganze universell? Weil man mixen kann aus Inhaltetypen, Formatetypen und Fertigstellungsgraden. Und dieser strategische Mix erlaubt, dass eine Wissenslandkarte vielfältig eingesetzt werden kann. Und zwar ganz einfach deswegen, ich weiß nicht, wer von Ihnen euch Schach spielt. Es gibt ja diese Möglichkeit, Blindschach zu spielen, wo man die Figuren im Kopf hat, um sich noch ein bisschen mehr herauszufordern. Manchmal sind Besprechungen und manchmal ist der Umgang mit Wissen vergleichbar mit Blindschach. Da kann man schon eine Weile versuchen, den Überblick zu bewahren, aber lange ist das nicht möglich. Und deswegen ist es besser, man sieht das Schachbrett, also man sieht das Wissen. Und dieses vielfältige Set an Informationen hilft einem einfach, bessere Entscheidungen zu treffen. Und deswegen halte ich Wissenslandkarten, also das visuelle Denken, das visuelle Arbeiten mit Wissen, das Wissen visuell kommunizieren für die strategischere Herangehensweise an Wissen. Das hat viele Vorteile, denn ich bin da auch vorsichtig mit solchen Prozentzahlen. Die Forschungen lassen sich nicht so gut nachverfolgen, aber eines steht fest, wir sehen mehr, als wir hören oder als wir riechen oder als wir schmecken. Und als wir hören, ist da schon mal der Punkt. Dann tut sich das Gehirn leichter, Bilder zu verarbeiten. Einerseits von der Art und Weise, wie das Gehirn beschaffen ist, andererseits wachsen wir mit Bildern auf. Also auf der Mutterbrust steht nicht Brust, sondern wir sehen das als Bild und wir kennen uns aus. Und Bilder werden auch nachhaltiger verankert. Das heißt, bei Wissenslandkarten erinnere ich mich zum Teil jetzt noch, obwohl das schon viele Jahre her ist, dass ich die mit Studentinnen oder Kunden gemacht habe, an die Visualisierung und kann mir da das Umfeld wieder in Erinnerung rufen. Das heißt, diese Vorteile, die Visualisierung bringen, kann man sich für Wissenslandkarten nutzbar machen. Es ist definitiv ein erweiterter Denkraum. Was einen im Reden entgeht, wenn das in der Besprechung durch die Gegend fliegt, das kann man mit diesem erweiterten Arbeitsspeicher festhalten. Dann wird gleichzeitig Wissen und Nichtwissen sichtbar. Was ich jetzt nicht unbedingt negativ sehe, denn es ist besser, man kennt sich aus, was für Nichtwissen man hat, als dass es einem dann auf die Füße fällt. Man bekommt ein gemeinsames Bild, wovon man eigentlich spricht, was Verstehen und Verständnis fördert und dann einfach zielorientiertere Arbeit. Gleichzeitig sieht man die Wissenslandkarte insgesamt und man sieht Details, also den Wald und die einzelnen Bäume. Ich komme da auf alles dann mit den Beispielen, die ich zeige, nochmal zu sprechen. Man erkennt Muster, Unregelmäßigkeiten, Verbindungen, die man erkennen und nutzen kann oder wenn es notwendig ist, ändern muss. Und das macht es ja gerade in unseren heutigen Zeiten zu dem wunderbaren Werkzeug, für das ich die Wissenslandkarte halte, Komplexität wird bewältigbarer. Einfach, weil man sie auseinander sortieren kann. Entweder mit der Hand oder mit Software, wie ich dann noch zeige. Und es ist eben ein riesiger Erkenntnisgewinn, der damit einhergeht. Es kommt auch aus der Statistik, Visualisierung passt für mich aber auch zu Wissenslandkarten. Nämlich, man sieht was anderes, wie diese nette Graffiti oder Schmiererei an einem Verkehrszeichen, was ich in London mal fotografiert habe. Und damit würde ich gerne wissen, worauf ich mich jetzt konzentrieren sollte und lade Sie ein zu einer kleinen Wissenslandkarte. Ich habe Ihnen eine Google-Tabelle geschickt, die sollte für alle freigegeben sein und bitte Sie sich, die Spalte A und Spalte B anzuschauen. Und Sie würden sehen, wenn Sie sich bei einer Zelle in die Quere kommen, vielleicht in der Spalte A kurz zu notieren, wenn Sie Ihre Wissenslandkarten nutzt und unter der Spalte B, was Wünsche an mich sind und später ganz zum Schluss schauen wir dann noch bei C, was zum Ausprobieren, wo ich zum Ausprobieren verführen konnte. Also ist es jetzt mal noch eine kurze Interaktivität, damit der Blutdruck wieder ein bisschen steigt und ich was erfahre. Und ich bitte um Input. Ja, das mit Lego freut mich, weil ich auch der Meinung bin, dass Lego eine Wissenslandkarte ist. Das ist halt eine dreidimensionale und wir haben das auch schon hier in der Gesellschaft für Wissensmanagement ausprobiert und das war eine super Geschichte um uns als Gruppe. Ja, mir fällt noch dieses plattewort Verorten ein, aber ja, zu verorten. Gut, danke. Dann hoffe ich, dass ich jetzt alles erfasst habe und ich gehe wieder retour zur Präsentation. Genau. Und das ist mal eine Map, die ist schon ein bisschen älter, die zeigt die Grundprinzipien. Also die klassische Definition für eine Wissenslandkarte ist, dass es eine Basisschicht gibt, etwas, was die Zielgruppe der Map verstehen sollte und eine Elementeschicht, das ist das, was halt drauf gemappt wird. Deswegen habe ich am Anfang da in dem Überblick gesagt, zwei Schichten und jede Menge Wissen. Hier ist die Basisschicht ein Radar-Metapher oder die Radar-Metapher von Flughaumüberwachung, die schon relativ viel bietet, weil es ja Sektoren gibt. Oh, oh, ich bin jetzt nicht der Flieger-Mensch, also ich sage mal die Tortenstücke, ich bin mir nicht sicher, ob der Ring der Sektor ist. Also es gibt die Tortenstücke, ich gehe da mal lieber auf Nummer sicher und es gibt die Ringe, was hier schon genutzt wird, weil die Tortenstücke, wie man hier sieht, sind eine Klassifikation, also was für Mapping-Tools gibt es. Also es ist eine Map zum Mappen, zu Mapping-Tools, was für Mapping-Tools gibt es. Und je näher die am Zentrum steht, umso erwachsener ist das Produkt schon. Und dann gibt es noch eine Kategorisierung, das ist, ist es ein Punkt oder nicht, kein Punkt ist Freeware. Man könnte jetzt noch sagen, dass diese Farbhinterlegung, wo halt der Radar ist, ich muss gerade mal schauen, Fragen können hier gesammelt werden, ja, ich dachte, es war schon eine Frage an mich, ich habe nur in den Chat geschaut. Also das könnte man auch noch verwenden. Und das ist quasi die ganze Methodik dahinter. Also man hat eine Schicht, die verständlich ist, sei es eine Metapher, komme ich nachher nochmal drauf zurück, sei es tatsächlich eine richtige Landkarte, sei es eine Fantasielandkarte, sei es eine Matrix, die ich immer ganz praktisch finde. Es sollte verständlich sein, was hier jetzt der Fall ist. Und darauf eine Elementeschicht, wo man eben das, was Wissen, mit dem man sich beschäftigen will, draufbringt. Und mit der Basisschicht muss ich tatsächlich sagen, es gibt auch so Momente, wo der Ehrgeiz Studenten oder Workshop-Teilnehmer packt und sie sich eine komplexe Metapher ausdenken. Ich hatte schon mal einen Spiralnebel. Der hat natürlich gewisse astronomische Eigenheiten. Da war es wirklich so eine Sache, verstehen alle, was mit diesem Spiralnebel gemeint ist. Aber in aller Regel sind die Metaphern, die wir nutzen, gut verständlich. Und das ist eine Metapher jetzt nicht in Form von einem Icon oder von einem Foto, sondern eine sogenannte Zonenmetapher, die halt genug Platz gibt, dass da was aufgetragen werden kann. Und da ist schon mal ein Charme der Visualisierung zu erkennen, dass man eben ganz viele Informations- oder Wissensdimensionen zeigen kann. Also Kategorien in der Hinsicht, Kategorien in der Hinsicht und Kategorien des Reifegrades. Also da geht ziemlich viel. Was einfach auch sehr gut ist, man muss es natürlich auch im Griff behalten, dass die kognitive Last jetzt nicht zu heftig wird. Was ich auch gerne mache, in Workshops, ich sage es lieber jetzt, damit ich nicht das später nochmal vergesse, ich komme dann auch zu Wissenslandkarten im Workshop, eine Legende. Und zwar Legende wie bei einem Diagramm, wo dann da steht, Rot ist die Apfel-Ernte, Gelb ist die Birnen-Ernte. Also wenn man dann anfängt, verschiedene Post-It-Farben zu nehmen oder Formen zu nehmen, dann kann in der Hektik des kreativen Tuns da plötzlich was durcheinander gehen. Da empfehle ich immer, die Post-Its und die Karten an die Seite mit dem Klebeband zu kleben, drauf zu schreiben, was es sein soll, damit man nicht den Überblick verliert. Ich neige dann auch dazu, ich habe mal beim Kretspielen mit meiner Tochter die Spielsteine vertauscht und wir haben es eine Weile nicht gemerkt, dann hat sie auch so kleine Legendenkarten gezeichnet, damit wir nicht den Überblick verlieren. Und genau so ist es bei Wissenslandkarten. Gut, ich mache immer, ich bin eigentlich ein sehr schneller Typ, ich bemühe mich langsam zu sein, das heißt, ich mache immer auch noch am Ende von einem Thema hier oder einer Seite eine kurze Pause, ansonsten bitte hineinsprechen. Dieses Prinzip, da komme ich jetzt immer wieder drauf zu sprechen, wenn ich die Beispiele zeige. Und was eben auch besonders wertvoll ist, bei einer Map ist, eben der Weg ist genauso wichtig wie die Map. Warum? Weil bereits da die Wertschöpfung aus Wissen stattfindet. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Map, die wir vorher hatten, anschaut, dann merkt man vielleicht, ach, ich kenne nur so wenig Tools. Ich hatte gedacht, ich kenne eigentlich viel mehr. Das wäre schon mal eine Einsicht. Oder ich hatte da doch mal eine Map-Software gesehen und die habe ich mir irgendwo gespeichert. Und es entsteht auch, entweder bei, wenn man es allein macht, irgendwie eine kreative Energie. Also diejenigen, die gesagt hatten, sie machen es mit Papier und Stift, da sind ja noch die Hände am Tun, was auch eine andere Verbindung zum Gehirn ermöglicht. Wenn ich für mich selbst eine Map mache, vor einem Artikel oder vor einer Präsentation, dann gibt mir das schon mal das Gefühl, ach ja, ich habe was zu sagen, weil das fühlt sich. Und dann kann ich da auswählen. Also es passiert immer, es wird immer viel Energie freigesetzt. Der Weg zur Map ist höchst unterschiedlich, weil ja die Anwendungssinneien unterschiedlich sind. Da schauen wir mal dann drauf. Also wenn man jetzt zum Beispiel Prozesse und Ressourcen darauf mappen sollte, dann müsste man schauen, wo fließt da ganz viel, was sind relevante Ressourcen und wie kann ich die strukturieren, wie wir eben diese Map-Kategorien, Map-Software-Kategorien hatten und wie kann ich sie kodifizieren, also mit Farben formen. Dann das Integrieren und dann der letzte Satz ist genauso wichtig wie alle anderen Sätze, also testen. Da hatte ich mal den schönen Fall in der Lehrveranstaltung, dass ein Student sehr spät kam und diskret einen Sitzplatz nehmen wollte und ich mich auf ihn gestürzt habe und gesagt habe, wunderbar, Sie haben die Erstellung der Map nicht miterlebt, halten Sie uns jetzt den Spiegel vor, was sehen Sie? Das ist eine super Sache, weil man hat dann doch, es entsteht ja auch viel, es wird auch viel implizites Wissen mit transferiert, wenn man so eine Map gemeinsam erstellt, was dem anderen unter Umständen dann wieder fehlt. Der sieht nur das Externalisierte und von daher, wenn man die Map für Kollegen verwenden möchte, ist ein Usability- und Verständnis-Test keine schlechte Sache und eine Map ist nur so gut, wie man notwendige Updates ermöglicht, sonst ist sie irgendwann tot. Und zwar, wenn sie nicht quasi automatisch von der Software erstellt wird, die auf ein System zugreift, dann ist vermutlich, je nachdem, wie die Wissensumschlaggeschwindigkeit ist, das veralten schon sehr nahe. Vorteile und Risiken, also bis auf ein Risiko, also zwei, nicht aktualisiert, sehe ich nur Vorteile, das andere Risiko kenne ich, ich habe eben in Stuttgart bei Ernst & Young im Wissensmanagement gearbeitet, es sind natürlich Ängste. Der Charme der Wissenslandkarte, alles ist auf einem Platz, ist auch das hohe Risiko einer Wissenslandkarte, die nehme ich mit und gebe sie jemandem anderen. Ja, können wir also das Stichwort Augenhöhe in die Runde werfen. Ja, ist so. Ist aber auch, sagen wir mal, ja, manche Datenwagen kann man nicht so schnell mitnehmen, aber ja, also man muss wissen, wie man miteinander tut und was man möchte und dann muss man einen Vertrauensvorschuss geben, das hilft halt nichts im Leben. Gut, der Weg ist unterschiedlich, das ist mal ein klassischer Weg und bei den weiteren Beispielen komme ich dann nach drauf. Was mir ein Anliegen ist, generell in jeglicher Art von Visualisierung und was auf die Wissenslandkarte zutrifft, die, wo es weiter fallen. Bei Kleinkindern ist es genau erwünscht, dass sie ewig auf die Wissenslandkarte in diesen Wo ist Walter Büchern schauen, damit sie ruhiggestellt sind und man mal was anderes machen kann. Bei Erwachsenen ist es nicht lustig, wenn sie sich in der Wissenslandkarte nicht geschwind auskennen. Das heißt, die vielen Möglichkeiten, also das ist vielleicht auch noch ein Risiko, dass man zu wild daherkommt, die vielen Möglichkeiten verführen und da würde ich auch erst mal nichts dagegen tun, sondern würde wirklich außenvollen schöpfen und dann je nach Anwendungszweck aufräumen und reduzieren. Also was sind die Achtungsdinge? Das ist eigentlich aus einem Infografikartikel. Ich finde, das passt super zur Wissenslandkarte. Wenn der erste Eindruck ein Durcheinander ist, dann muss man bei der Wissenslandkarte wirklich suchen, äh, schauen, warum kann man vielleicht Unterkarten, die man miteinander verlinkt, ausklinken, was könnte man machen. Dann, ähm, könnte manchmal die Reihenfolge selbst erklären sein, manchmal nicht. Vielleicht braucht man eine Hilfe, indem ein Pfad angegeben ist, ähm, oder indem das Gesetz der Nähe besser berücksichtigt wird durch Gruppierungen. Dann ist Weißraum durchaus gewünscht, also der bringt Luft in die Wissenslandkarte, also weiße Zwischenräume und reduziert die kognitive Last. Dann predige ich das immer eine Statistikvisualisierung und, ähm, das gilt auch für die Wissenslandkarte, Farbe ist keine Deko, sondern Farbe ist auch eine Kodifizierung und dann ist sicher auch eine gute Usability-Test, was ist Ihnen, wenn Sie das erstellt haben und die Wissenslandkarte für andere nutzen, was ist Ihnen das Wichtigste, die Kernbotschaft in der Wissenslandkarte und wie gut kann die jemand erkennen. Ich hoffe, dass diese Hose-Walter, ähm, Walter-Metapher ganz gut einen die Erinnerung mitgibt, wenn man mal bei einer Wissenslandkarte ist. Wild aus im vollen Schöpfen ja und danach dann je nach Darreichungsform oder Zielen wieder reduzieren. Gut, damit kommen wir schon zur Klassifizierung. Erstaunlicherweise es gibt schon viel Forschung zu Wissenslandkarten, also zumeist kenne ich die im englischsprachigen Raum, ich bin immer gern auch für Input freudig offen, im deutschsprachigen Raum nicht so viel. Der Martin Eppler, ein Schweizer, also ich glaube er ist ein Deutscher, der aber in der Schweiz lehrt, Visualisierungs Guru, hat mal sich dem Thema gewidmet, das ist aber lange her und ich finde diese Klassifizierung nicht mehr adäquat. Deswegen habe ich gedacht, ja was könnte man nehmen und habe diese jetzt hier verwendet, weil ich halt der Meinung bin, man mixt ja dann in den Beispielen, was wir gleich sehen werden, dann komme ich endlich zu dem Beispielen und gerade deswegen ist es universell. Man kann viele Inhalte abbilden, man hat dafür viele Formate zur Wahl und der unterschiedliche Fertigstellungsgrad ermöglicht unterschiedliche Aktivierungen. Also es passt ziemlich alles drauf, was man irgendwie abbilden kann und ich glaube, wir als an Wissensmanagement Interessierte sollten nicht die Daten unterschätzen. Big Data ist auch eine Chance für Wissensmanager ihre Tugenden und ihr Toolbox zu nutzen und das sind eben auch Daten Wissensland Karten, womit man sich einen Überblick verschaffen kann, was dieses Big Data denn eigentlich für Erkenntnisse mit sich bringt und wo auch wieder Sensibilität gefragt ist im Umgang mit dem Wo kommt her, wie wird verwendet, wie teilen wir und daher habe ich jetzt Daten hier gleich mal an zweiter Stelle geschrieben und dann die Klassiker dann hatten sie vorhin schon geschrieben Mind Maps oft finde ich ist irgendwie das Format Concept Map die Stiefschwester oder der Stiefbruder der Mind Maps was ich schade finde weil es gerade für Business Process Modeling eine gute Chance ist dazu komme ich nach Zone Metapher war eben zum Beispiel das WADA Landkarten Netze Netzwerke ich bin ein großer Fan von Canvas Formaten also ich weiß nicht ob Sie den Business Model Canvas kennen und da gibt es noch viele mehr die halt so eine Art visuelle Checkliste sind es gibt Felder wo sich jemand zu dem Thema auskennt zum Beispiel zu Geschäftsmodell und die muss man nur noch ausfüllen das betrachte ich auch als Business Landkarte dann Customer Journey Map ein bisschen was wird dadurch auch wieder belebt dass Design Thinking und Service Design an Wook sind wo ja auch diese Methoden genutzt werden und der Fertigstellungsgrad hat schon eine wesentliche Rolle in dem Ganzen Wissen Landkarten eignen sich hervorragend um in Workshops strategisch und strukturiert zu denken da ist es auch ganz einfach man nimmt einfach eine Karte schreibt was drauf und pinnt die an die passende Stelle da ist die Hemmschwelle sehr niedrig dann gibt es auch elektronische Versionen bei Work in Progress ich schätze die eigentlich uralten Methode des Collective Notebooks sprich im Vorfeld von Besprechungen zu dem Thema ad hoc im Arbeitsprozess Dinge zusammen früher hat man da ja tatsächlich Papier Notizbücher ausgeteilt einen Monat vorher dann gab es auch den Twist dass man sie in der Hälfte der Zeit getauscht hat damit man von den anderen Inspirationen bekam heute gibt es Trello das ist dann schon eine Wissenslandkarte wo vielleicht sagen wir mal die Eintrittsschwelle ein bisschen höher erst mal muss sich einloggen muss was tun bis zu den vollkompulierten grafisch super aufbereiteten Illustrator oder ähnlichen Programm Wissenslandkarten die was ja durchaus auch angemessen ist hier diese Dinge vielleicht für verlinken in Webseiten zur Verfügung stellen und hier sind Pünktchen weil die Listen wären alle endlos weiter jetzt kommen die Beispiele die Beispiele sind quasi Mixes ich bin über den Plura nicht ganz klar aus diesen drei Kategorien die ich zuvor hatte also ich möchte zeigen dass oder ich möchte den Beweis antreten dass es eben wirklich ein universelles Werkzeug ist und zeige höchst unterschiedliche Beispiele jetzt aufgelegt sozusagen Pflege hier das war ein Interreg-Projekt zwischen Oberösterreich und Bayern die Übergabe der Pflegedienstleistung sich da hängt jetzt das Bild ein bisschen drüber da war ein Prozess entwickelt worden mit mit einer Mindmap und das war ein gratis Tool und dort sehen sie die Übergabe von der Pflegedienstleiterin die in Ruhestand geht zu dem jungen Mann mit einer Mindmap mit immer also im Laufe des Projektes entwickelten und dann immer wieder gleich ausgetesteten Hauptessen die dann und der Prozess wird hier beschrieben ausgefüllt wurde und wo dann auch wirklich gleich noch also erstens mal hat man ein Geleit wurde man an die Hand genommen durch die Hauptäste die eben sozusagen wissenschaftlich erarbeitet wurden was sind so die wichtigsten Dinge die ausgetauscht werden müssen die Unteräste waren auch ein Angebot konnten genommen werden oder konnten nicht und das war sozusagen das Geländer wo in einem Prozess die beiden zusammen noch mit jemandem der das moderiert hat dass sich übergeben haben es gab auch die Möglichkeit dass es manchmal ist es ja leider nicht so dass die beiden sich treffen sondern dass es aus irgendwelchen Stellenbesetzungsgründen manchmal per Absicht sogar habe ich schon gehört Stellen eine Weile frei bleiben müssen damit das Geld gespart wird da wird inzwischen Wissen verloren das können wir mal gegen aufrechnen dann gab es in diesem Projekt Wissens Zwischen Wirte weil ja doch immer implizites Wissen mitschwingt und hier gab es auch gleich Maßnahmen also das ist ja auch nochmal also einerseits war es was weiß ich und was kannst du brauchen der junge Mann hat die Wissenslandkarte zum Hinschauen sie haben miteinander geredet ich glaube jetzt wo ich das sage man könnte das auch aufzeichnen gut da ist ein relativ langer Ton es schwingt eben auch immer implizites Wissen mit kommt auf ihn drauf an und aber auch gleich Maßnahmen weil man kommt dann auf das eine oder andere wo der neue oder die neue denkt na hey da könnte man gleich mal was versuchen zu starten also auch Maßnahmen also da war quasi die Wissenslandkarte hatte in dem Sinne keine Grundschicht die Elemente war die Map und es war ein Prozess der Übergabe und gleichzeitig einen Prozess den Ist-Zustand zu verbessern also ein Beispiel und ich glaube die beiden konnten sich auf das Gespräch konzentrieren und die Moderatorin hat getippt und man hat es auf dem Beamer gesehen was jetzt auch immer noch so eine Frage wer kann was machen ist in Bezug auf Aktivierung und dass nichts untergeht und das war hier gut zu machen übrigens das ist ein frei verfügbares Handbuch zu Wissenstransfer Methoden in der Pflege da hinten gibt es ohnehin die ganzen Quellen mit dem Links die Präsentation Dirk die werde ich doch dann dir geben und du lädst sie irgendwo in die freie wie heißt das Lexikon Materialien hoch da gibt es dann auch die Link und da kann man sich das nochmal durchlesen da gibt es auch dazu dann nochmal eine etwas längere Textbeschreibung und das ist nicht nur für die Pflege glaube ich denn das Kriterium für die Maßnahmeauswahl war es müssen Maßnahmen sein die wenig Geld wenig Ressourcen in wenig Zeit machbar sind also da glaube ich kann der eine oder andere in der anderen Branche auch ja sagen jetzt kommen wir zur Conceptmap das arme Stiefkind Conceptmap sind ein bisschen eine strengere Form des Mappings weil beim Mindmap doch frei oder bedingt frei wie wir eben gesehen haben gedacht wird hier geht's wirklich darum eben dass der Name ist das Programm ein Konzept zu deklinieren konjugieren also auseinander zu sortieren hier hier sieht man ganz nett weil das ist eine Map zum Mapping also Conceptmap sind organisiertes Wissen und die helfen Fragen zu beantworten auf die man fokussiert und dann wird das immer weiter durch durchsortiert dass wirklich ein Konzept aufgedröselt wird das ist bisschen eine mühevolle Arbeit ist sehr gut für Lernen also wenn man selber für eine Prüfung denkt habe ich jetzt gecheckt dann tue ich mir das jetzt mal an und die Prüfung ist mir wichtig ich werde jetzt mal dieses Thema eben da auseinanderbröseln und dann sehe ich wo ich nicht mehr weiterkomme kann man auch im umgekehrten Fall wenn man Trainerinnen Trainer Lehrer es mit den Teilnehmern machen was genauso wichtig ist ist dieses Buch hier unter dem Link gibt es auch ein bisschen Blogpost von mir wo ich ein paar Beispiele aus dem Buch darbiete da geht es eben um Geschäftsprozess Analyse und Optimierung und der Herr Friesendahl der ist in Däne der sagt das ist der preiswerteste Weg um Schmerzen in Geschäftswesen ans Licht zu bringen und nur dann versteht man sie und eben ein bisschen was beim Andreas vorhin auch mitschwang das hat mir Spaß gemacht da kann man kann man besser damit umgehen denn das ist dann auf dem Papier und auch wenn es jetzt mein Fehler ist es ist auf dem Papier und keiner sagt Annette was hast du dabei gedacht sondern man sieht das und stürzt sich drauf also es wird ein Hauch entpersonalisiert es wird handelbarer und ein Ansatzpunkt ist zum Beispiel was es ist im Plan für den Prozess gewesen und wie läuft der wirklich und sollte man hier was ändern oder sollte man da was ändern also ein super super empfehlenswertes Buch ich glaube mit den Tipps kann man vielleicht schon sehen was da alles möglich ist dann komme ich zu Hands-on im Wirtschaft was ich auch sehr mag diese beiden Sachen die waren sagen wir mal teilweise schon mit vorbereiteten Materialien sie können aber immer ad hoc sagen und wir nehmen jetzt die roten Karten dafür was ich vorhin schon gesagt habe die grünen Karten dafür die großen dafür die kleinen dafür es ist immer schon mal ein Gewinn wenn man nicht die Farben bunt durcheinander wählen lässt sondern wenn die das sieht hier bunt aus da ist aber ein System dahinter wenn die ein System dahinter haben damit ist schon mal ein großer Gewinn in dem Workshop und ich betrachte das auch als Wissenslandkarte weil man hat eine Trägerschicht das kann eben zum Beispiel auch eine Matrix sein hier ist es ein Customer Journey hier sind es Inseln in einer Abteilung in einem Ministerium die aber jetzt die wir neutralisiert haben auf eine Firma und darauf kann man was im Web planen und das geht ziemlich gut also hier ist es so das ist von Oracle da gibt es auch einen Blogpost das ist ein super Kit der auch zur Verfügung steht für Customer Journey wo eigentlich viel frei mit diesen Post-its war und aber teilweise auch so vorgefertigte Arbeitsblätter dann noch dazu kommen das ist ein netter Twist um zu einer Wissenslandkarte quasi noch eine Ebene oder eine Zusammenfassung hinzuzufügen und wir hier hatten die Kommunikation zwischen also das war eine Abteilung in dem Ministerium und da gibt es dann wiederum Unterabteilungen und es ging um deren Kommunikation wir haben Packpapier gehabt die haben sich aus Flipcharts Inseln gerissen und wir hatten aber schon Items ausgedruckt das waren die Haie in dem Meer der Kommunikation dann die Überfliege und Schätze und Risiken also wir haben mit dem was da passierte und dann mit Stift draufgezeichnet gearbeitet hier gibt es auch eine ausführliche Beschreibung und eben mit den Icons ein netter Nebeneffekt war ich habe dann als wir fertig waren mal gezählt also wir hatten Vorsichtshaber von allem jede Menge Kopien und es waren tatsächlich Gott sei Dank mehr Schatzkisten da als Gebiete da waren also so Icons noch als Add-on für Wissenslandkarten wenn man was vorbereiten kann ist auch keine schlechte Sache weil die sprechen dann auch noch mal eine andere Sprache und was jetzt hier nicht so ganz möglich ist aber hier auch eine super Erfahrung von mir ist heben Sie die Artefakte auf ich habe es später nochmal auf weiter hinten auf einer Seite aufgeschrieben die die eignen sich hervorragend zum kommunizieren die eignen sich als Warnung zum Aushängen ich finde es ist eigentlich selbstverständlich weil das braucht Wertschätzung ab das wird nicht in Mistkübel gehauen hinterher sondern das kann man schon mal als Tafeln gibt es überall die Lebensmittel Reste die noch genießbar sind sammeln und verteilen und die haben was super gemacht die hatten mal einen Visionsworkshop und hatten eine Geschichtslandkarte also auch eine Superwissenslandkarte auf Kackpapier gemacht und haben die aufgehoben das war so ein Aha Erlebnis denn ich war quasi der zweite Visionsworkshop den ich denen geschenkt hatte und da haben die die mitgebracht und das war für einige neue Mitarbeiter die noch gar nicht mehr so neu war ein super Aha Erlebnis zu sehen wie lang eigentlich die Anlaufphase war also das hat ganz lange gedauert die zu ihrem jetzigen Effizienz und Anerkennung gekommen sind und das haben sie dann quasi gesehen Revue passieren lassen und dann haben wir das fortgeschrieben also neuen Packpapierbogen drangeklebt und das haben sie auch wieder aufgehoben und mitgenommen also vorzugsweise aufheben oder nicht entsorgen solange noch Teilnehmer drin sind nehme ich an ist selbstverständlich aber ja drüber nachdenken und dann kann es natürlich auch sein dass vielleicht das war das zu dem Nichtwissen das hatte vorhin jemand von Ihnen in die Tabelle geschrieben dass da acht Lücken sind wenn man jetzt eben zum Beispiel mit Papier arbeitet da ist gut das vielleicht irgendwo zentral hinzuhängen und dann einen großen Pfeil auf die Lücken und vielleicht füllen die sich dann noch also das Nichtwissen kann sich hier ergeben und dann sollte man drauf schauen entweder lässt sich gleich lösen oder lässt sich später lösen und dann sollte es da nicht verschwinden sozusagen Dann kommen wir jetzt schon zu einerseits einem hybriden andererseits einer ersten elektronischen variante da muss es nicht immer gleich ein teures Tool sein das geht auch mit Wortmitteln also das hier ist Powerpoint und das Excel hätte ich noch dazu schreiben können das ist die beliebte Periodensystem Metapher die okay ist weil man weiß da ist was sortiert und da gibt es noch kleine kleine Kategorisierungen hier die aber wer jetzt Chemiker von Ihnen ist eigentlich für nichts anderes als für chemische Elemente passt aber okay mittlerweile gibt es die Periodensystem und solange die Leute zufrieden sind hören wir jetzt nicht ganz auf die Chemiker die weinen und sagen das ist kein transferables Konzept man weiß es ist was sortiert und die Farben spielen eine Rolle und das ist eine Methode die mir auch wichtig ist weil ich denke selbst Excel bringt es also da kann man auch eine SWOT in Webinar machen also Stärken Schwächen Chancen Risiken und das hier hatten meine Studenten von der Umfrage innerhalb in ihrem Studienjahr also welche Methoden haben sie im ersten zweiten Semester gelernt gemacht da gibt es quasi das wird gespeist aus dem Blatt vorher wo die Umfrage Ergebnisse sind dadurch wird auch eine Aktualisierung möglich sein also da war jetzt der Schritt sozusagen es war ganz klar gesagt findet eine Klassifizierung für Wissensmanagement Methoden sie haben sich nach der Angelika Mittelmann also nach der Klassifizierung von ihrem Werkzeugkasten orientiert und macht die überschaulich sichtbar da waren da sind dann noch verschiedene Aspekte die hier drin sind und sortiert haben sie danach und diese Buchstaben sind die mehr oder minder die Anfangsbuchstaben nicht immer und die hat den Charme dass man gemeinsam dran arbeiten kann also auch wieder der Fertigstellungsgrad wenn das jetzt in hoch glanzipulierter illustrator sache wäre würde man vielleicht nicht so eingreifen hier können wir was weitergeben hier der Excel hat kann was tun und hier ich muss schauen dass ich die Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehme hier ist ein Hybrid heutzutage heutzutage wunderbar mit interaktiven Whiteboards oder Beamer auf ein ganz normales Whiteboard lösbar das ist quasi für alle die Projektmanagement auf ihre Fahnen schreiben eine Matrix wie stehen die einzelnen Projekte und dann könnte man mit einem Whiteboard Stift auf ein Whiteboard schreiben die haben jetzt hier in Powerpoint gibt es ja auch hier unten einen kleinen Stift mit dem ich jetzt hier kein Chaos einrichten möchte aber da kann man auch schreiben und gut wäre dann auch wieder die Icons am Rand nochmal zu klassifizieren und das ist auch eine Wissenslandkarte gut dann kann man schon ein bisschen zu digital höher werden das ist eine schöne Landkarte gibt auch einen Blogpost mit der URL wo verortet äh verortet kategorisiert und auch mit Orten zu geordnet verschiedene Typen von Bildungschancen in Osttirol in der Google Map sind da muss man schauen das gute ist mit Google Map geht viel das schlechte ist die ändern ständig irgendwie ihre Prinzipien die alten sind dann noch zugänglich aber wenn man mal alles gelernt hat was man damit machen kann dann geht es wieder neu los muss man schauen und von der NASA dann schon eine Illustrator erstellte die eben da sieht man da würde man jetzt nicht irgendwie den Impuls haben was zu ändern es sei denn man es grob verärgert dass man da was rückmeldet die halt gestaltet und entsprechend verlinkt ist bis zu und da komme ich jetzt zurück und da schließt sich der Kreis zu High-End Software die aber mit mit Entwicklung der Software wir selber wissen wie High-End schon normale Social-Software ist auch wieder finanzierbar ist die Daten und Wissen miteinander verbindet jetzt können wir trefflich diskutieren Daten Informationen wissen aber wenn ich zum Beispiel sehe wie viel es braucht in einem das ist von der Universität in einem Prozess in einem Personal Management Prozess wenn man das denn so nennen will mit einem Studenten dann ist es meiner Meinung nach sind es nicht nur Daten die da ausgebeutet werden und es ist nicht nur Informationen sondern da entsteht auch Wissen über kritische Situationen und da das ist dann High-End gäbe es noch viel mehr das wird quasi gespeist das war ein Change-Prozess on top auf Komplexität in einer großen Universität und das wurde gespeist aus existierenden Daten Ressourcen und ich komme dann noch mal drauf ich glaube es ist wichtig diese Entwicklung zum monitoren damit wir als Wissensmanagerinnen und Wissensmanager nicht abgehangen werden und gerade also Neo4U wobei ich jetzt nicht weiß was das kostet aber die Funktionalitäten schätze ich und die machen Gott sei Dank eine Europatour da komme ich später drauf und vielleicht sehen wir uns bei der Europatour wieder sie kommen leider nicht nach Wien bin ich gezwungen nach Deutschland zu kommen also das sehe ich so als High-End das waren mal die Beispiele also viele verschiedene Inhalte mit verschiedenen Formaten in verschiedenen Fertigstellungsgraden und ja also frei nach man kann ich nicht kommunizieren würde ich fast sagen man kann kaum nicht eine Wissenslandkarte machen es sei denn es sind Textfriedhöfe gut dann habe ich hier noch ein paar Tipps zum Schluss also gute Stifte Auftraggebern ich sehe nicht ein dass ich die Stifte durch die Gegend schleppe sage ich tatsächlich welche Eddingstifte ich möchte da gibt es schmale die aber wirklich gut schreiben und die im Großhandel 1 Euro der Stift kosten dann systematisch genutzt habe ich schon gesagt dann weiß ich nicht wie es euch Ihnen geht nie ein Workshop ohne Malerklebeband weil nicht überall hat man Whiteboard und Pinnwand und da zerstört man nicht den Putz und es ist halt auch sehr gut um zum Beispiel in einem in der Matrix Segmente abzukleben dann unter Umständen was vorgefertigtes aufheben da einfach ja besser kommunizierbar und follow up so dann wie vielleicht dieses Webinar gezeigt hat ist Wissenslandkarten eine Leidenschaft das heißt es gibt immer mal wieder Posts bei mir zur Wissenslandkarte und ich freue mich auch über Herausforderungen also wenn es eine Fachfrage gibt die in einem Blogkurs bewältigbar ist dann bitte einfach nähen dann hatte der Andreas schon Mindmaps erwähnt da der Mindmanager von Mindjet konnte schon immer Mindmaps und Concept Maps also die Schwester Stiefbruder die ich vorhin erwähnt habe und kann jetzt mehr nämlich mehr Basisschichten also er kann Swimlanes was gut für Projekte ist also wo man in Streifen quasi gewisse Aspekte verfolgen kann damit kann man auch Canvas Formate abbilden ich freue mich auf Weihnachten dann habe ich nämlich mal Zeit meinen Wissenstransfer in Event Canvas danach zu bilden ich hatte schon ein Training von dem Mindmanager Guru von Österreich den ich Gott sei Dank aus dem Wissensmanagement kenne und also nicht nur grafische Dinge hier sind neu sondern auch dass die Informationen die ich in der Map oder in so einer grafischen Darstellung gemacht habe mitwandern in Priorisierungsdarstellungen also man hat auch diese Wissenslandkarte verschiedene Sichten und die kann man auch wieder exportieren das also ich kriege nichts dafür es ist mir irgendwie Ehrensache weil ich davon überzeugt bin da kann ich nur drauf hinweisen und dann eben die Neo-Leute machen eine Tour und die macht im Februar in Berlin Stopp und ich denke da müsste es noch Plätze geben weil glaube ich erst die Woche haben sie die Anmeldung rausgeschickt das ist ein ganzer Tag gratis zugegebenermaßen können wir mit seiner Zeit effizient sein und fragen was kosten denn die Lizenzkosten ich muss sagen ich sehe das als eine Zukunfts Wissenslandskarte Technik Technologie die ich mir einfach gebe egal ob ich die jetzt verwenden kann oder nicht ganz einfach weil es die Zukunft ist also die hatten auch ich bin mir jetzt nicht sicher bei den Panama oder den Malta Papers den Journalisten geholfen überhaupt was ich vorhin eben gesagt hatte Muster zu erkennen und Big Data ist die Zukunft Digitalisierung ist die Zukunft und dem wurden ja Prinzipien inne wenn man die mal ein bisschen näher kennengelernt hat dann können Sie können ihr mit dem was wir schon wissen überlegen was kann man daraus machen das war es schon und jetzt wissen muss ich in Handeln beweisen wie Peter Dracker der berühmteste Österreicher im Guten sagen wir es mal so gesagt hat und daher jetzt gern Fragen und auch gern gegenseitige Inspirationen ist ja noch ein bisschen Zeit ich arbeite mich mal gerade zu dem Google Doc wieder durch da gäbe es jetzt hier auch die Spalten übrigens verteilen über SharePoint auch das ist mit dem Mindmanager einfacher wir hatten jetzt diese die hatten eine Roadshow in Wien das war glaube ich letzte Woche und aus unserer Wissensmanagement Community gibt es dann SharePoint und der hat vorgestellt wie viel leichter das hin und her mit Mindmap und SharePoint ist ja das war mal mein Plädoyer für das universelle Werkzeug Wissensland hatte wenn da die eine oder andere Inspiration da war freue ich mich über das Eintragen weil das vielleicht dann wieder die anderen inspiriert und ansonsten Fragen Feedback ja solange wie alle Beteiligten noch Lust haben und danke fürs Zuhören ganz ganz vielen Dank Annette das war auch hochspannend muss ich sagen jetzt für alle anderen wir haben natürlich immer eine Woche eine Stunde angesetzt für unsere Live Session deswegen ist überhaupt nicht schlimm wenn jetzt der eine oder andere gehen möchte aber ansonsten wenn Annette uns das anbietet jetzt nur unsere Fragen loszuwerden oder vielleicht auch zu erzählen wie das hier jemand selber macht dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt und es kann auch jeder sein Mikrofon jetzt in der kleinen Gruppe dann auf laut stellen gibt es weitere Fragen Anmerkungen Hinweise Tipps fühlt sich jemand inspiriert hoffentlich ja ich habe eine Frage also erstmal vielen Dank ich fühle mich inspiriert Dankeschön und zwar ist es meine Aufgabe bei uns im Unternehmen eine Wissenslandkarte zu erstellen um auch wirklich rauszufinden also das was Sie vorhin oder du ja wir können gerne du sagen ich habe ganz kurz ich habe auch Silkes Nachricht gesehen damit es nicht untergeht aber jetzt erstmal genau Entschuldigung nein nein wir machen jetzt weiter und danach kommt das genau und genau und für mich wäre es auch wichtig wirklich dieses Nichtwissen also wo wirklich noch Wissen das darzustellen und mir mir ist gerade noch nicht klar wie ich wirklich vorgehe um zu einer Map zu kommen also das Tool der Wahl wird für mich wahrscheinlich wirklich Mindmanager sein das glaube ich fällt mir am leichtesten damit arbeite ich sowieso und aber mir ist nicht klar wie ich wie ich das quasi anpacke also gut das ist mir auch lieb dass es so ein absolut konkretes Szenario ist weil der Weg zwar sich ähnelt jedoch dann doch auch wieder unterschiedlich ist also hier würde ich ich bin so ein bisschen so ein bürokratischer Typ tatsächlich erstmal ein smartes also im SMART Methodik smartes Ziel aufschreiben also warum soll diese Wissenslandkarte erstellt werden und zwar wirklich spezifisch messbar damit man wirklich aber absolut genau fokussieren kann was was das Ziel ist jetzt meine Rückfrage für den nächsten Schritt nach dieser smarten Formulierung ist es so wissensintensive Prozesse festzustellen ist es festzustellen welches Wissen haben wir ist es festzustellen welche Quellen haben wir was was scheint da die Idee dahinter zu sein die Idee dahinter ist für mich ich würde gerne festhalten auf die Kollegen gemappt wer hat welches Wissen also ich würde gerne eben auch ehrlich gesagt Wissenslücken aufdecken wo ist Lernbedarf der Kollegen und wer ist denn auch also ich kenne auch dieses System wo man sagt es gibt quasi so einen Wissenspaten oder weiß ich nicht Wissenshero keine Ahnung wie man das sagt Champion ja Champion danke den ich habe wo ich ja dann auch sagen muss okay ich habe vielleicht auf einem Wissen fünf Champions dann ist ja vielleicht alles gut und auf dem anderen Wissen habe ich vielleicht gar keinen Champion sondern ich habe nur so halbe Champions genau ja also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen in dem Arbeitsbuch oder ich weiß nicht dirkne dir das Encyclopädie da gibt es dazu schon aus dem Vorjahr die Topic Maps und das Mind Map Webinar ein Mind Manager Webinar von der Gabriele die eine Vorgängensweise hat meine wäre nichtsdestotrotz also dieses Ziel aufzuschreiben weil ich glaube dass man da energetisch besser rangeht also vielleicht erkennt man schon bei dem Aufschreiben ich habe zwei Ziele ich müsste zwei Maps machen oder zweimal eine Sache herangehen dann wird mehr eine Herangehensweise zu schauen was sind jetzt die was sind zum Beispiel was ist da ich muss noch mal kurz fragen was ist der Firmenhintergrund ist es eine Firma die was produziert oder ist es eine Organisation die Services hat Dienstleistung Projekt Dienstleistung aha ok dann würde ich schauen was sind unsere Dienstleistungen welches Wissen und die auf die Map auftragen dann vielleicht die erste also die nächste Unterebene also die Dienstleistungen sind die ersten Hauptäste die nächsten Unteräste würde ich nehmen welches Wissen brauchen wir dafür heute und welches Wissen brauchen wir 2018 also all diese Visionen die irgendwie fünf Jahre hin sind wie geht das denn da bin ich schon mehrmals auf die Nase gefallen aber ich würde das machen weil das nehme ich schon mal wenn man eh dran ist dann sieht man beschäftigen wir uns damit was in unserem Projektumfeld vielleicht nächstes Jahr passieren können oder was Trends sind schadet nichts wenn man das mal schon miterledigt dann könnte man schauen dann würde ich tatsächlich auf die Mitarbeiterinnen großes I zugeben und schauen gibt es jetzt Unterkategorien bei dem aktuellen Wissen und wer hat die entstehen gewisse Kategorien Namen oder sieht jemand was anders nennt jemand was anders das ist auch schon mal die Erkenntnis aha wir sprechen über das gleiche das wieder bei Unteressen machen diejenigen da dran tun und gleichzeitig aber auch schauen gibt es etwas was jemand hat was wir noch gar nicht berücksichtigt haben dann das auch noch mit dazu tun wieder mit einem neuen Hauptast und entsprechend dem System dann könnte man je nach Software auch noch die Kompetenzgrade nehmen da gibt es auch in den Materialien vom letzten Jahr eine schöne Visualisierung unterschiedliche Kompetenzlevels das könnte man in der Mindmap mit Farben hinterlegen sodass man in dem Hauptast ausgehend von den Dienstleistungen wirklich ausgehend von dem Geschäftszweck Grundwissenstypen hat da die Leute sortiert man könnte auch mit den Leuten anfangen aber ich persönlich würde es so machen und dann schaut wie viele sind das welchen Grad an Proficiency also an Ausbildung haben die und dann erkennt man auch noch ist es jemand kurz vor der Pensionierung ist es vielleicht jemand der da ein super neues Wissen vom Studium mitbringt können wir auch nochmal mit einer Farbe oder mit einem Ausrufezeichen Sie hatten glaube ich gerade Icons erwähnt oder der Andreas hat Icons erwähnt hinterlegen immer noch so dass man einen Überblick behält jetzt wären die Defizite des Sprechens klar ich sehe es vor mir dass man das glaube ich noch recht übersichtlich machen kann man muss es aber auch immer aufschreiben was es war vielen Dank die Frage bei dem konkreten Thema jetzt beim Mithören wäre für mich gewesen warum ich das in der Abteilung jetzt mit der Mindmap machen möchte ich persönlich würde dazu tendieren die Mindmap zu nehmen um erst mal mir klar zu werden welche Kompetenzen welches Wissen und Nichtwissen möchte ich überhaupt erpassen um zu der Struktur zu kommen um dann aber die Mitarbeiter zu befragen die Namen zu haben das Level zu haben wo die sind würde ich das Ganze wirklich tatsächlich in dem Fall sogar strukturiert in ein Excel Dokument setzen und würde hier auf der linken Seite in den Spalten also praktisch diesen Baum abbilden da kriege ich auch die Unterbereiche hin von den Kompetenzen oben die Namen der Mitarbeiter zum Beispiel und dann würde ich sagen das Kompetenz Level das hätten sowohl die Zahlen sage ich mal von 1 bis 3 1 bis 4 oder 1 bis 5 und jede dieser Farbe dieser Zahlen würde ich zur einfachen Erkennung in der Matrix zum Beispiel in den Spalten die Hintergründe nach Altersgruppen formatieren wo die Leute von einer bestimmten Altersgruppe drinstehen so dass man das Level auch noch drin hat und dann könnten die Leute nämlich ganz schnell dieses Excel Dokument auch selber ausfüllen und man hätte das Bild glaube ich eher im Blick als wenn man jetzt die unterschiedlichen Mindmaps der ganzen Mitarbeiter hat und die das dort auch korrekt ausfüllen müssen also ich würde das für die Mindmap für die Erstellung nehmen und dann fürs Unternehmen würde ich das wahrscheinlich ins Excel übertragen so gefühlsmäßig nach dem Bild ich weiß nicht ob es jetzt so klar geworden ist also bei mir schon ja ich hätte sogar also wir legen jetzt immer eins drauf und noch eins drauf und werden gemeinsam immer besser ich wollte es nur nicht unterbrechen also hast du es komplett skizziert ich war von meiner Idee jetzt fertig gewesen genau kennen kennt ihr wenn ich das so sagen darf das River Diagram von Nick Milton das ist nämlich genau das was der Mike freudscher versprecher ich bin nicht in Österreich sorry aber das war wertschätzt nicht gemein das war so voll der freudscher impuls das ist jetzt habe ich mit welchem Mike du mich gerade vergleichst also auch ein sehr netter und kompetenter GFM Mensch in Österreich und weil wir mehr miteinander reden als das passiert River Diagram also wenn man ein Excel hat hat man ja sogar noch den Charme on top dass man mit den verschiedenen Blättern verschiedene Auswertungen macht kann man auch Werbeeinblendung mit dem Mindmanager 2018 wie gesagt ich kriege nicht aber ich bin begeistert allerdings kostet ja natürlich Geld und Excel hat man per se also man könnte das machen was Dirk gesagt hat das heißt man hat auf dem ersten Blatt die Antworten vorher haben sie das in der Mindmap kodifiziert oder Schlüssel hinterlegt nach dem ersten Nachdenken dann gäbe es eine Auswertung die jetzt nicht unbedingt so sein muss aber die vielleicht bedingte Formatierung so habe ich das gedacht Dirk hast du das gemeint damit kann man ja ganz viel zeigen da kann man ja gelb und rot machen und da kann man auch Verläufe machen das so eine Art Heatnap wird machen und das River Diagramm was ist das River Diagramm kurzen Moment bitte ich zeige das weil da hört es dann wirklich auch mit beschreiben ich mache das auch so dass ich das dann in diese Präsentation die ich dem Dirk übergebe noch hinein nehme Dankeschön ja seht ihr jetzt den Nick Milton und den Fluss ja oh Chris Collins oh mein Gott aber beide sind super Experten also ich hoffe dass mir es keiner übel nimmt das ist auch eine Excel Ausgabe und zwar ist eigentlich das nächste Blatt zu einem Wissens Management Selbst Evaluierungs Muster aber das ist jetzt mal egal das könnte man genauso für für die Dienstleistungs Level machen ja du kannst Annette ich sehe jetzt hier immer noch deine Präsentation von Powerpoint du hast glaube ich bloß das Fenster freigegeben also nicht das neue Fenster ok jetzt seht ihr es genau jetzt sehe ich also hier dahinter und das ist ein Video wo er das also ich glaube das ist auf YouTube da könnte man sicher auch eine Übersetzung aber er spricht er ist ein Engländer er spricht ganz gewählt Englisch kann man auch gut verstehen wo aus einem Excel wo eine Selbstevaluierung zu den unterschiedlichen Niveaus des Wissensmanagements wird dieser Fluss gewonnen ok was ist der Fluss nehmen wir mal an es gibt eine Firma mit verschiedenen Niederlassungen hier geht es eben um Wissensmanagement aber das ist jetzt mal egal sagen wir mal E-Learning sind die einen auf Level 0 die anderen sind auf Level 5 also man kann verschiedene Kategorien abtragen das wäre jetzt hier sagen wir mal für die Dienstleistung A die benötigte Fähigkeit 1 da könnte man jetzt schauen so und so viele Kollegen sagen die haben sie gar nicht und so und so viele Kollegen sagen die haben sie das bedeutet der Fluss des Wissens ist bei euch breit ihr braucht keine Consultants anheuern der hat auch dieses Buch geschrieben No More Consultants wobei er auch Consultant ist ihr könnt euch untereinander das gegenseitig beibringen wenn es allerdings weiter unten ist dann müssen wir überlegen ob man entweder jemanden zum Training schickt der das dann verbreitert oder ob man jemanden einstellt das ist auch eine super Wissenslandkarte die auch aus so einer Erhebung herauskommen kann genau also sorry ich habe heute nur Kopfhörer kein Headset wie ist der Prozess zur Erstellung aha wie extrahiere ich das Wissen aus einer Person so Sekunde ich muss mir nochmal aufschreiben River Diagramm wobei ich das hoffentlich dann selber nochmal sehe wenn ich es da nicht zunehmere wie extrahiere ich das Wissen aus der Person da muss ich jetzt gerade mal das nochmal stoppen dass die Antwort ist kommt drauf an also wie extrahiere ich das Wissen aus der Person also in einem Workshop ist es so dass es ja eine Fragesituation gibt oder man sich mit etwas beschäftigt alle sitzen da und schreiben es zum Beispiel auf Karten da hatte ich einen Workshop also hier mit der Insel kann ich vielleicht zeigen da ging es darum was machen wir in unserer Abteilung was sind unsere Schätze was sind unsere Risiken und das war die erste Ebene die haben sich darüber geäußert haben das auf dieses Whiteboard gemacht äh Flipchart Papier das war das erste Extra hier die haben einfach sich darüber geredet und sich verständigt und dann gab es ein zweites Extra hier das gemeinsam die Anordnung gewählt wurde also das ist jetzt hier nur stilisiert weil das Foto kann man nicht veröffentlichen und dass sie dann über die Art der Wissensflüsse läuft gut grün läuft nicht gut rot geredet haben und wo sind Untiefen wo Haie lauern also das waren zwei Aufgaben und die wurden quasi abgearbeitet das war das Extrahieren und das ist glaube ich so in Workshops immer das Modell hier könnte man jemanden der die Prozessverantwortung hat und den idealtypischen Prozess weiß den auftragen lassen und dann lässt man die die damit arbeiten ihren Prozess auftragen das wäre auch wieder die Extrahierung so dann gehe ich mal vor hier war es so dass es nehmen wir mal die Tätigkeiten da gab es eben diese Angebote der Unteräste ich muss gerade mal hier was verschieben was ist täglich in der Pflegedienstleistung zu tun wöchentlich etc. etc. was sind spezielle Sachen und was sind Sachen die über das eigene Haus hinausgehen das war noch so eine Kategorie und die haben dann geholfen zusammen auch mit vorformulierten Fragen weil richtig Fragen ist ja auch eine Wissensmanagement Methode Wissenstransfer Methode nämlich um die Vielfalt die unsere Sprache für Fragen bietet so einzusetzen dass man auch versuchen kann dem gegenüber implizites Wissen zu entlocken also ja dann wirklich würde ich schon empfehlen ein Buch es gibt recht gute Bücher zum Thema Fragen sich herzunehmen und sich zu überlegen also das sind die Themen die ich auch fragen möchte schon auch vielleicht jetzt hier in Bezug auf die Dienstleistung wie stelle ich das an wie frage ich Wertschätzen wie frage ich das vielleicht eigene Fähigkeiten die schon gar nicht mehr bewusst sind wieder bewusst werden also da wirklich in die Grammatik oder Linguistik hineintauchen dann gehe ich mal noch weiter ich weiß dass in dem Chatfenster noch mehr stand vergesse ich nicht hier war so das war eine klassische L oder Null Geschichte da haben die Studierenden die Methoden zusammengesammelt und dann haben die Studenten ja nein gemacht hier sind dahinter Projekte in der Firma und im Gespräch wurde gesagt wie ist jetzt der Stand da waren Risiken und wo sie über Budget sind unter Budget sind gezeigt hier ist eine einfache Auflistung nach Kategorien die hat man zusammengetragen jemand hat sich die Kategorien überlegt und dann hingetan und hier betrachtete man die Systeme diese Personalsysteme was die bieten und was in diesem Change Prozess gebraucht wurden und da wurde ja nicht mehr aus Menschen extrahiert sondern aus System da muss man dann mit den IT-Menschen sprechen können was sie brauchen gut dann schaue ich mal noch ich wollte in die Frage schauen Entschuldigung und irgendwie kriege ich das nur so hin Moment Dirk wenn du was sagen willst gerne ich arbeite mich wieder zu dem Chat wenn es dort durch Ich war mir jetzt nicht ganz einig ob das jetzt hier zu sehr in die Tiefe da nochmal zu den Themen reingeht Ich hatte als Hauptteil dieser Frage auch verstanden bei dieser Visualisierung von Nichtwissen zum Beispiel ob das die Leute nicht eher dann als Bedrohung ansehen also ich muss jetzt auch sagen das habe ich auch eher vorsichtiger gemacht eher als Weiterbildungsbedarf bisher weniger dass man jetzt offensiv quasi dargestellt hat was weißt du nicht dazu und wie könnte man da Widerstände umgehen das eine ist ja schon mal Widerstände zu umgehen wenn es um das Wissen geht was ich habe aber bei Nichtwissen und nur richtig Visualisierung könnte das natürlich noch deutlich stärker auftreten das stimmt schon Ja, Gottes Willen Danke das gibt mir meine implizite Sache weil ich das nämlich so gar nicht gemeint habe Danke für den Tipp den werde ich beachten weil lass mich nochmal zurückgehen ich habe das nicht direkt gemeint sondern jetzt haben wir es gleich muss man dann das Chatfenster schieben wenn man jetzt so eine Mindmap macht ergibt sich und das war das was ich gemeint habe also wie gesagt danke für diesen diesen Spiegel das Nichtwissen indirekt nämlich zum Beispiel welches können wir jetzt nehmen also wenn zum Beispiel bei dem Concept Map Business Process da fragt die Leute die den machen da sieht man dann dass sie vielleicht gar nicht wussten dass sie da noch zwei Zwischenschritte machen müssen also ich würde auch um Gottes Willen niemandem sagen hey das weißt du wohl nicht sondern es war immer gemeint das Indirekte auch hier bei der bei der Dienstleistungsfrage sieht man ja dann also wenn wenn du da tief drin steckst was bräuchte man eigentlich siehst du hey das hat niemand erwähnt das würde ich aber nicht an die große Glocke hängen sondern später einfach mit nutzen aber ich würde es nicht visualisieren also das ergibt sich dadurch so habe ich das gemeint gut wenn das hoffentlich jetzt dann verständlicher war als das vorhin genau also dadurch also ich einzig ein einziges Mal in meinem Leben oder mit einem einzigen Format nutze ich es direkt das bringt auch immer Tumulte die ich dann wo ich aber schon weiß dass das passieren wird und wo ich mir eben genau überlege bringt es das oder bringt es das nicht ich nehme an dass alle Anwesenden dieses GameStorming Buch oder das GameStorming Wiki kennen von dem unter anderem von dem DFG wo so visuelle Kreativspiele die meiner Meinung nach auch Wissensmanagement Spiele sind drin sind kennt ihr das ich google es gerade ist super ich tue den Wiki Link mit dazu und da gibt es den Blindenfleck und das tut ein bisschen weh das ist aber das einzige Mal wo ich Nichtwissen tatsächlich direkt verbal anspreche ja danke für den Link da gibt es einen Kopf und da gibt es vier Felder das ist ohnehin auch ein Klassiker also das ist auch eine Management Methode wo ich jetzt gerade den Namen nicht weiß ich weiß dass ich es weiß ich weiß dass ich es nicht weiß ich weiß nicht dass ich es weiß und ich weiß nicht dass ich es nicht weiß und dieses letzte Feld das bringt Revolution in den Tagungsraum oder so weiter wie soll das gehen und so und wenn das Feld leer bleibt also methodisch genutzt zum Beispiel für eine ja also jetzt wie wir haben ein Projekt beendet und kennen uns jetzt in diesem Thema aus und wir schauen mit dem da drauf was können wir da noch lernen und selbst wenn das Feld leer bleibt es zwickt genauso wie bei einer Mindmap ja auch die die reine Lehre sagt du weißt nicht mehr weiter mach leere Äste weil das hält dein Gehirn nicht aus es will es füllen das will da was tun und genauso ist diese 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 nicht wissen äh quadran auch was was piekst und wehtut und was noch zu einem bestimmten externalisieren führen kann und das ist das einzige Mal dass ich tatsächlich verbal nicht wissen erwähne ansonsten schweige ich und genieße weil ich sehe ja das nicht wissen oder die Auftragsgeber sehen das nicht wissen ja das ergibt sich jetzt muss ich mal schauen ähm habe ich jetzt beide Sachen beantwortet ja also es steht jedenfalls da dass von Sabine aus das erledigt ist oder von Silke aus das erledigt ist die beiden Fragen gut ja ja aber danke danke also das das ist auch ja wenn man redet und der andere hört wozu dann wird einem auch ein bisschen implizit das Wissen externalisiert Gott im Himmel nee also ich bin ohnehin immer über vorsichtig bis auf leichte Provokationen wie das eben und im GameStorming Wiki was eigentlich für Kreativität und Gaming ist gibt es viele Wissenslandkarten Formate also ich betrachte das als Wissenslandkarten die da entstehen gut weitere Fragen Herausforderungen was mir so aufgefallen ist das ist gerade so ein dieser wo ist Walter Falle dass die auch in einer abgemilderten Form durchaus positiven Aspekt hat weil das Team was jetzt so eine Wissenslandkarte in welcher Form auch immer erstellt hat mit verschiedenen Farben Visualisierung oder auch mit den vielen Kärtchen dort an der Wand das hat ja jetzt ein Ergebnis seiner Team Arbeit da und das verbindet natürlich als Team auch wenn ich also weiß wo Walter ist also welche Karte was bedeutet Visualisierung fühle ich mich zu der Gruppe zugehörig und dieser Effekt ist manchmal gar nicht so zu unterschätzen glaube ich ja deswegen meine ich auch also ich würde erstmal alle immer tun lassen hernach kommt es drauf an war das Tun schon das Ziel oder will man da noch ein bisschen wieder aufräumen weil man es kommunizieren will also wenn es zum Beispiel die Nadine zu ihrem Chef gehen will dann wird sie unter Umständen und der hat nicht mitgemacht vielleicht doch ein bisschen aufräumen damit den nicht der Schlag trifft ja 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 dieses gemeinsame Bild und da ist auch ganz viel implizites Wissen dabei und mag das auch unterschiedlich sein aber man man hat wie wir im Deutschen sagen ein gemeinsames Bild und das ist verdammt viel wert gut das ist nämlich ein Wissensbild ganz ganz vielen Dank erstmal dazu gibt es noch weitere Fragen aus der Runde ich würde sonst denken also Fragen können natürlich noch gestellt werden aber ansonsten würde ich denken aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wenn es ansonsten keine weiteren Fragen mehr gibt dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich bei dir Annette für den extrem interessanten Vortrag ich habe das schwarze Schachspiel gesehen und mich an die Schule einer zurückversetzt wir haben das immer im Unterricht gespielt quasi in der Pause immer das Schachspiel so weitergesetzt wie die Züge die wir uns im Unterricht zugeworfen haben weil das wäre ja auch befallender Lehrerin sonst dazu was wir dort treiben und an das musste ich automatisch zurückdenken als ich dann schon dein Schachspielbeispiel gesehen habe also vielen Dank dafür und es kamen auch etliche andere Bilder wieder hoch die man sonst gar nicht mehr so präsent hat und ich hoffe es war auch für die anderen viel interessante Sachen dabei ich fand es ganz spannend gerne und ich danke euch für eure Fragen und für den Spiegel und die Inspiration und ich packe das River Diagramm und das GameStorming Wiki noch mit hinein und schicke dir dann die Unterlagen Dirk für den du tust es in diese Enzyklopädie mit hinein ja genau mache ich vielen Dank Danke